Liebe Online-Gemeinde, herzlich willkommen. Guten Tag. Dieser gute Tag ist Freitag, der 8. Mai. Ein großes Evangelium aus dem 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums mit einem Wort am Schluss, das sich viele tief eingeprägt haben, eins von den Worten Christi, die man mitnimmt auf die Insel. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin, kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im September 1995 bin ich Pfarrer in einem Westerwalddorf geworden. Das war meine erste Pfarrstelle und das ist der richtig katholische Westerwald, also wo man schon vor Christus katholisch war. Und gleich das erste Problem, was mir dort begegnet ist, ein Seelsorgliches hatte es wirklich in sich. Das war eine schwere Sache. Das war ein 17-jähriges Mädchen, das im Sterben lag, nachdem es viele Bemühungen um ihr Leben gab, Rückenmarksaustausch und große Bemühungen in der Bevölkerung. Aber am Ende hat alles nichts geholfen und die Leukämie hat die Überhand gewonnen und das Mädchen war im Sterben. Natürlich katholisch, wie dort alles und alle, aber die katholische Kirche, also die Kirche, für die ich dann dort antrat, konnte ihr auf ihre Sterbensfragen, Lebens- und Todesfragen keine Antwort geben. Und dann kam ein freikirchlicher Prediger des Weges mit der Selbstsicherheit, die diese Leute oft haben und den klaren, einfachen Antworten und die Schwärze und Weiße dieser Antworten war genau das, was dieses Mädchen am Ende ihres Lebens gebraucht hat. Und dieses Wort, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dieses Wort hat ihr der Amtsbruder ins Herz schreiben können und mit diesem Wort hat sie ihre letzten Wochen bestritten und mit diesem Wort ist sie gestorben und zwar als eine gläubige junge Frau aufrecht. Sie war überzeugt, dass das Leben, das hier beginnt, das uns hier schon geschenkt wird und das im Sterben geprüft wird und durch einen Engpass muss und dann sich glorios ausweitet, jenseits dieser dunklen Pforte, dass dieses Leben ihr in Jesus geschenkt ist. Es war eine Demütigung, aber eine willkommene. Später habe ich dort im Westerwald mit den freikirchlichen Mitchristen viel zu tun bekommen und ihren Glauben sehr zu schätzen und zu bewundern gelernt. Es wird viele Wohnungen geben im Hause unseres Vaters. Unseres himmlischen Vaters, das ist eine Botschaft, so jetzt, wo sich Corona-Engpässe und Engführungen lockern, die vielleicht auch besonders uns erfreuen kann und uns Hoffnung macht. Das wird nichts Enges und nichts Eingesperrtes und Kaserniertes, wo man dann so auf und abtigert wie an tausend Gitterstäben, sondern das gibt eine große Weite und jedem und jeder von uns wird der himmlische Vater gerecht werden und für jeden von uns wird er es schön machen, sodass wir es auch genießen, dass wir dort wirklich zu uns selber kommen, ganz und gar, in den wunderbaren Wohnungen unseres Vaters. Und das Letzte, Jesus wird selber kommen und uns holen. Uns holt nicht der Tod und schon gar nicht holt uns der Teufel, wenn wir das nicht ausdrücklich wollen, sondern Jesus holt uns. Und zwar, weil er mit uns zusammen sein möchte. Wir sind es ja gewöhnt, andersrum zu sehen. Also wir versuchen in uns eine Liebe zu Gott und eine Sehnsucht nach Gott wachzurufen und damit voranzukommen. Aber in Wirklichkeit ist es vor allem andersrum. Jesus sucht den Weg zu uns und bahnt sich den Weg zu uns, damit er, wenn alles für uns vorbereitet ist, uns zu sich holen kann, einfach aus Sehnsucht nach uns, weil er mit uns zusammen sein möchte. Ist das nicht wunderbar? Gott segne und behüte sie alle.